Moin meine Lieben, schön, dass ihr reinschaltet auf meinem Kanal. Ich bin es, euer Vince Jordan. Heute mit dem Thema Diablo, also Diablo 3, also Diablo 4. Und alles unter 10 Minuten, nicht zu viel bla bla, zweieinhalb Stunden zusammengefasst hier. Was uns erwartet, Runenwörter. Kommen Diablo 2 Spiele endlich auf ihre Kosten? Mal munkeln. Ich richte direkt Ausschlag. Ja, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Es wird auf jeden Fall viel, viel geben. Ich habe mir ein Hemd angezogen. Eigentlich müsste ich mir was Schwarzes anziehen zur Beerdigung, denn Diablo 4 existiert nicht mehr. Ihr habt richtig gehört, alles wird umgebaut. Es wird Diablo 3. Cap wird auf 60 gelegt mit den Leveln und 300 Paragon Endlevel und so gemacht. Das heißt, wenn wir einen Twink zweiten Charakter haben, wird das hochgestuft. Das heißt, wir behalten Paragon Level und können pushen. Zu dem Paragon Level wird das alles in der Pit, also in Greater Rift, Entschuldigung, in der Pit stattfinden. Nicht mehr Nightram Dungeons, das ist jetzt für Ressourcen statt und ja, das wechselt jetzt auch durch. Wunderbar. Fehlen eigentlich ja nur noch so ein paar Sachen, so wie Sets oder da. Mal gucken, was wir da kriegen. Wir kriegen auf jeden Fall Runenworte. Wir müssen die Leute ja ein bisschen beruhigen, die Diablo 2 Spiele. Aber natürlich auch nicht so, dass es krass wäre, sondern wir müssen es natürlich entscheiden. Da kommen wir gleich zu. Es wird kein Monster-Skalierungssystem mehr geben, auch interessant, sondern es wird so geben, ich habe hier mal verschiedene Seiten. Der eine wie Tablo oder Jesse Rocks und wie sie alle heißen, die haben hier mal unzählige Seiten. Das ist jetzt egal, wo, wer oder bei Blizzard selber. Die haben das hier sehr schön gemacht und auch auf Deutsch. Da mal Props an der Stelle, wir wollen uns ja nicht damit rühmen, falls jetzt einer direkt in die Tasten hauen wollte. Wird halt so normal, hart, Experte und so weiter. Da haben die das so gemacht mit diesen Qualstufen. Kommt mir bekannt vor. Wir wollen auf keinen Fall Diablo 3 machen. Wir werden keine Milliarden Schadenzahlen haben. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ja, wunderschön. Wir haben genau dasselbe jetzt in Grün bekommen. Und das soll so sein. Sie wollen, dass Monster auf der normalen Stufe ein bisschen benachteiligt sind und dann auf der höheren Stufe schlau. Das heißt nicht nur mehr Leben, mehr Damage, mehr Resistenzen, sondern sie sollen sich intelligenter verhalten. Da muss man dazu sagen, bei Blizzard sind die Leute nicht immer die Hellsten, wie die Monster sich bewegen. Aber da haben verschiedene Beispiele. Bogenschütze trifft zehnmal nicht, hat Jesse gesagt. Bei normal und da trifft er dann direkt. Ich denke, dass das eher so ein bisschen wie bei PoE-Treffergenauigkeit oder dass die dann öfter Kritten oder so eher damit ist. Das heißt, wenn wir jetzt ausweichen, ist es auf normal eher so, dass wir jetzt nicht so harte, große Schläge bekommen. Das ist jetzt eine Mutmaßung von meiner Seite aus. Man hat das ja natürlich noch nicht gesehen. Und wie das jetzt genau umgesetzt wird, ist dann fraglich, weil die KI jetzt noch nie besonders schlau war. Jetzt auch nicht bei den eigenen Pets oder so. Wenn man jetzt einen Nekromanten gespielt hat, die Leute wissen das. Könnt ihr mir mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr das genauso erfunden habt. Das ist so das eine Thema zu dem Ganzen. Also ja, die sollen dann dümmer sein, schlechter sein und es wird jetzt so sein, dass die natürlich dann auch belohnt werden. Das heißt, da kriegt man dann auch bessere Gegenstände ab dieser Stufe, wie das bei Diablo 3 ist. So ab 51 bis 60, also da ist es bis 70 und so. Da soll es dann richtig geil werden. Das heißt, von 51, 50 bis 60, da finden wir dann wirklich die besten Sachen. Da könnten wir jetzt ins Detail gehen. Da kann man unzählige Videos machen. Ich möchte da auch eigentlich nur ein Video zu machen. Auch wenn ich natürlich Content brauche und euch jetzt in jedem Video. Und das Paragon-System und das Runen-System. Es wird ein paar neue Skills geben. Das könnten wir uns auch eigentlich mal anschauen. Ich schaue mal, wo das hier ist. Aber wenn wir noch gerade beim Paragon-System sind, bevor wir da weitermachen. Es wird breiter. Und das Allerschönste ist, wir kriegen natürlich eine tolle Aufgabe. Blizzard hat ja immer gute Aufgaben für uns Spieler. Und zwar können wir die jetzt bis Level 100 hochballern. Ja, ihr habt richtig gehört, nicht mehr bis Level 20. Ab 15 gibt es den ersten Radius. Und ab 46 den zweiten Radius. Das wird dann einfach größer. Also nichts Neues. Sieht genauso aus wie bei Tetris. Einfach fettere Balken. Und die dürfen wir dann anlegen. Und kannst du dann... Ja, und natürlich, als wäre das nicht schön genug. Natürlich machen wir das jetzt in der Pit. Und es kann auch viel schlagen. Richtig. Genau, ihr habt richtig gehört. Das ist natürlich richtig geil. Das macht richtig Spaß. Das macht richtig Laune. Dann haben die was an den Item-Levels gemacht. Und zwar 750 ist jetzt durch das Add-on-Maximum eigentlich 540. Aber weil ihr ein Add-on kaufen sollt und spielen sollt, ist das wie damals bei Reaper of Souls. Diablo 3, auch hier wieder ähnliches System. Ja, skaliert alles gleich und wirkt alles gleich. Und jetzt kommen wir doch eigentlich zum Dehn-Auge-Merk, was ich besonders gut finde. Wir könnten jetzt auch nochmal reingehen. Und das sind jetzt diese Runen-Worte. Runen-Worte, meine Lieben. Diablo 2, ich muss auch sagen, ich fand die Übersicht so bei 4Fansites ein bisschen besser. Kennt man. Es wird jetzt nicht sowas wie Enigma geben, dieses Ja, Bär, It und so. Sondern es wird immer 2 geben. Und das macht dann auch Sinn, weil sonst wäre das natürlich viel zu stark und wird viel zu krass sein. Da gibt es verschiedene Worte. Jetzt wird der eine oder andere sagen, wir verlinken uns das unten im Discord. Und wenn ihr natürlich auch traden wollt, weil die kann man traden, dann könnt ihr das bei uns im Discord machen. Da ist das natürlich überwacht, weil Blizzard hat sich natürlich so entschieden, keine Aktion zu Hause zu machen. Ne, das müssen wir selber machen. Das heißt, wir können damit wieder Gold verdienen. Wunderschöne Sache. Haben wir so. Man muss das ja auch mal so schnell runterrattern. Wir wollen ja unter 10 Minuten bleiben. Die benutzen wir statt den Sockeln. Das heißt, Brust, Beine oder zweihinnige Waffen. Wir haben auch schon Bilder gesehen, wo das in den Kopf reingehen soll. Ja, genau. Da muss man sich entscheiden, ob man dann Juwelen reinmacht oder diese Runenworte, die dann kleinere Sachen haben. Aber auch zum Beispiel, man läuft rum und kriegt dann Stacheln um sich rum wie dann bei Barbaren. Das heißt dann zum Beispiel Jabeck oder Yulgur. Da wird es dann natürlich andere Worte geben, ein bisschen als bei Diablo 2. Die wird man dann hier einsetzen können. Das seht ihr dann schon dann hier zum Beispiel in die Brust oder hier auch in die Beinschienen. Und dann seht ihr hier das Beispiel mit dem Earthquake, was ich eben meinte. Das ist da drin, genau. Und dann kann man ein paar Spielereien machen. Und dann kann man sich, muss man sich halt entscheiden, okay, machen die Juwelen mehr Sinn für seine Resis. Oder halt diese Runenworte. Ich denke, diese Runenworte werden sehr, sehr mächtig. PTR 2 steht an. Da wird natürlich dann auch fleißig nochmal geguckt, was man an und was man machen kann. Das wird dann natürlich auch mit den Stufen dann, also falls eure Gegenstandsmachtstufe runtergestuft wird danach. Oder deswegen wisst ihr dann Bescheid. Das haben wir jetzt auch schon. Und was wir eben noch kurz besprochen hatten, finde ich, sieht man jetzt hier, wie gesagt, auf der Seite sehr gut. Kann man auch einfach mal Props geben. Ich hätte jetzt nicht die Zeit, das so ausführlich zu machen. Ich habe jetzt hier kein ganzes Team. Deswegen bedienen wir uns das. Die Ultimate Skills haben natürlich auch gewonnen, sollen krasser sein, sollen mehr Nachdruck bekommen, diese zu nutzen. Und dann hat jede Klasse einen neuen Skill bekommen. Das heißt, wir kriegen auch 30 neue Skillpunkte, glaube ich. Und 330 insgesamt Paragon mit dem neuen Gebiet. Plus, minus, null mit einer Lilith-Statue. Also auch in dem neuen Gebiet. Das soll alles Sinn machen, mit dem Addon dann auch dort Sachen dann sich zu besorgen. Und dann seht ihr natürlich auch passive neue Nodes, die dann mit drin sind. Und dazu dann auch immer die passenden Gegenstände, die dann sozusagen Hand in Hand dann auch mit dem neuen Skill gehen. Dann zum Addon. Ich denke prinzipiell werden die meisten eh die neue Klasse spielen. Die werden jetzt natürlich Hardcore gebufft sein. Und dann im Nachhinein natürlich wieder sehr heftig gedubuffed werden. Und dann ist wieder der Negro super stark. Oder vielleicht auch der Druide, weil warum sollte man den Druiden spielen, wenn man so eine Allrounder-Klasse hat. Ja, gibt es bei jedem nochmal interessante Sachen. Dazu könnte man wirklich vielleicht nochmal ein Video machen. Gerade dann auch in Richtung, was sind die besten Builds für den Leak-Start. Ich weiß nicht, ob das diesmal wirklich Sinn macht. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Weil jeder wird die neue Klasse spielen wollen und dann sich vielleicht was Neues machen. Bleibt da auf jeden Fall mit Liebe dabei. Um nichts zu verpassen bei dem Kanal, würde ich mich sehr freuen. Und wir haben auch noch eine Sache immer bei uns auf Twitch noch am Laufen jetzt. Codes. Wir haben Giveaway bei mir. Also egal ob Xbox, Playstation, seht ihr das schon. Und zwar immer wenn wir spielen bei jedem Hypetrain. Immer wenn ich online bin auf Twitch. Wenn wir Diablo 4 spielen oder auch andere Spiele lohnt es sich vorbeizukommen. Schaut da auf jeden Fall rein. Und da haben schon einige gewonnen. Link auch vom Discord ist auch unten in der Beschreibung. Muss man natürlich bei YouTube gefolgt sein. Und bei uns im Discord sind ganz klare Sachen. Ja, also auf jeden Fall schön gemacht. Sieht man, da will ich jetzt nicht ins Detail genau jedes einzelne besprechen jetzt. Ist natürlich cool, dass da mal ein bisschen noch was dazu kommt. Klar, sie müssen neuen Input bringen. Die neuen mystischen Uniques werden auch angepasst nochmal. Quality of Life. Eine neue Kiste. Solche Sachen gehen da mit rein, dass einige Monster sofort sterben und so weiter und so weiter. Das sind so kleinere Sachen. Ähm, ja. Wenn ihr meine Meinung wollt, deswegen jetzt hier zum Ende des Videos. Jetzt bin ich nämlich knapp bei den 10 Minuten angelangt. Ähm, ich find's total scheiße. Ich find, das ist eigentlich Diablo 3 mit einem neuen Filter obendrauf. Ähm, neuere Zeit mit ein bisschen mehr MMO-Elementen-Live-Service, um noch mehr Geld zu machen. Ähm, bisschen nicht mehr dieses World of Warcraft-Optics oder mehr dieses düstere, weil jetzt bald Peoria 2 im Nacken ist. Gott sei Dank gibt's da gute Alternativen wie Titan Quest, wie da. Natürlich werde ich spielen. Natürlich ist Diablo immer noch mein Reiter. Natürlich freue ich mich auf die Story. Natürlich sind die Cinematics episch und so weiter und so weiter. Aber, ähm, ich glaube nicht, dass ich, äh, auf Lebenszeit, äh, jetzt Fanboy Diablo 4 bin. Vielleicht wird Diablo 5 besser. Ja, da reden sie ja jetzt auch schon drüber. Ich find viele Sachen sehr grenzwertig, was Blizzard da macht. Und finde, das muss man auch einfach mal so ansprechen. Und nicht immer nur applaudieren und klatschen und alles. Ja, geil, nur wie geil ist das denn? Und jetzt so, ich mach am besten jetzt auch so ein Fabniveau. So, ja, wie geil ist das denn? Und dann, genau, machen wir das so. Kann sich jeder seine eigene Meinung zu bilden? Das ist meine. Ähm, ich find's schön mit den Ruhnworten. Sie wollten das generell machen. Aber am Anfang hat man da natürlich auch einfach anders kommuniziert. Hat da einfach andere Illusionen geweckt. Ähm, und das ist leider nicht geworden. Und das ist halt wieder so typisch Blizzard. Und man rudert zurück und give them what they want. Und das machen sie hier. Und, ja, dann ist das so. Ja, wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. Das war der super Hardcore-Schnelldurchlauf, meine Lieben. Und, was soll ich jetzt sagen? Das Outro. 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 Vielen Dank.